Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Besucht wie Frostjägerin anzunehmen bei Steckbrief. Das ist dieses Item hier auf dem Boden in Gustvar an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Und anders wie üblich bei den Gesucht-Quests, dass die Mobs sich an einer Position befinden, ist es hier anders. Die Frostjägerin patrouilliert nämlich. Hier sieht man sie. Und die hat ein ziemlich großes Gebiet. In diesem Gebiet kann sie sich befinden. Bei mir war es jetzt quasi zufällig, dass sie hier ist. Sie kann aber auch weiter oben sein. Also Quatsch. Hier nach unten. Bis hier hinten glaube ich. Irgendwo kann sie sein. Habe ich es unterbrochen oder hat sie es durchgebracht? Egal. Ich lauf mal hinaus. So. Unter 50%. Ha. Diesmal bin ich mir sicher. Unterbrochen. Und wir sehen, macht die gut schaden. Geschafft. Nun darf man ein bisschen laufen, um die Quest abzugeben. Gleich bin ich da. Bei Gautistin Heils oder Heiles in Gustvar in dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe das Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao.